Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe unserer Pulsana kurz und knapp Erklärserie. Heute mit dem Thema Stoßchlorung. Eine Stoß- bzw. Schockchlorung ist die gezielte und kurzfristige Überdosierung von freiem Chlor. Hierbei kann man grob zwei verschiedene Einsatzbereiche nennen. Zum einen die Frischwasserbefüllung des Poolwassers, um das Wasser einer Grundreinigung zu unterziehen. Zum anderen, um bei bereits eingetretener Wasserverschmutzung des Pools beispielsweise Algenbefall effektiv zu bekämpfen, Kleinstlebewesen, Bakterien, Pilze und so weiter abzutöten, die das Schwimmbadwasser verunreinigen oder um Chloramine zu entfernen. Da die Überdosierung des Chlors nur temporär benötigt bzw. gewünscht ist, sollten Sie bei der Chlorung darauf achten, nur schnelllösliches Chlor zu verwenden. So wird einerseits gewährleistet, dass durch das schnelle Auflösen der Schockzustand auch erreicht wird. Andererseits baut sich das Schnellchlor bereits zwei bis drei Tage nach Zugabe auch schon wieder komplett ab, sodass der Badebetrieb wieder ganz normal stattfinden kann. Zum Testen des pH-Wertes werden Testtabletten oder Teststreifen benötigt. pH- oder pH- zum Einstellen des pH-Wertes, Chlor-S oder Chlor-Granulat. Bei Bedarf kann aber auch nach der Stoßchlorung individuell noch Algenverhüter oder Flockertuschen verwendet werden. Zu allererst wird der pH-Wert überprüft und gegebenenfalls auf 7,0 eingestellt. Erst danach wird die Stoßchlorung durchgeführt. In unserem separaten Video zum Thema pH erhalten Sie weitere Informationen über diesen Wert. Pro Kubikmeter Wasser wird dabei 20 Gramm Schnellchlor benötigt. Falls Ihr Beckeninhalt also beispielsweise 12 Kubikmeter beträgt, benötigen Sie zwölfmal 20 Gramm, also 240 Gramm schnelllösliches Chlor. Am einfachsten funktioniert die Zugabe, wenn Sie das Schnellchlor in Form von Kleintabletten verwenden. Diese haben bereits die erforderliche Menge von 20 Gramm und werden einfach in den Skimmerkorb gelegt. Alternativ kann aber natürlich auch Schnellchlor in Pulver- bzw. Granulatform genutzt werden. Hierbei ist es allerdings erforderlich, die Chemikalie vorher in einen Eimer mit lauwarmen Wasser aufzulösen und es danach bei laufender Umwälzung ins Schwimmbecken hinzuzugießen. Nach der Zugabe von Schnellchlor sollte die Filteranlage 48 Stunden lang ununterbrochen in Betrieb sein, um das Mittel im Becken zu verteilen. Sofern möglich bzw. vorhanden, kann am Anfang das Ventil der Anlage auf Zirkulieren gestellt werden. In dieser Stellung wird das angesaugte Wasser, ohne durch den Filterbehälter zu fließen, direkt wieder zurück zum Pool geführt. Dadurch wird das Chlor noch besser darin verteilt. Bevor Sie nun wieder ins Schwimmbecken gehen, sollten Sie nochmal den Chlorwert überprüfen. Auch hierzu finden Sie nochmals ein separates kurz und knapp Video. Befindet sich der Chlorwert wieder im Normalbereich, steht dem Badevergnügen nichts mehr im Wege. Ist dieser dagegen immer noch deutlich höher als der Normalwert, sollten Sie bei empfindlich reagierender Haut lieber noch etwas Zeit verstreichen lassen, bis sich das Chlor weiter abgebaut hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hoffen wir konnten Ihnen in diesem Kurzvideo ein paar nützliche Infos zum Thema Stoßchloro mitgeben und Ihnen erfolgreich weiterhelfen. Vielen Dank.